Was habe ich jetzt mit zwei damals gestartet? Lebe deinen Traum, denn der wer war Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr Alles was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, ja Was? Eins hat gespendet, ein Euro Ich unterbreche dich gerne Okay, Darkman, bist du das? Ach du schon, langsam Da fände ich halt Sound Lebe deinen Traum, denn der wer war Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr Alles was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, ja Keks Übertreib mal Naja, Knobos war so salty, dass ich an einem Tag in Markkonserver beliebter geworden bin als er Habe sogar bessere Ränge bekommen Das hat irgendwie letzter so ein bisschen Probleme mit Paypal gehabt Lebe deinen Traum, denn der wer war Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr Alles was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, ja Leute, übertreib doch direkt Ich kann mir das Spiel aufs Team leisten jetzt Ich kann mir Bulli die Handrunde leisten Ich hab Geld What the fuck ist los mit euch Jungs Übertreib doch direkt Bei mir ist das Lebe deinen Traum, denn der wer war Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr Alles was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, ja Alter, übertreib Darkmoon, lass es sein Darkmoon, übertreib nicht Es war nur ein Spaß Es war nur ein Scherz Bibi Ich schwöre, Alter Lebe deinen Traum, denn der wer war Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr Alles was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, ja Alter Alter Habt ihr so viel Geld, oder was los mit euch? Ich hab grad 60 Euro, meine Leute Lebe deinen Traum, denn der wer war Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr Alles was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, ja Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Ich hab jetzt genug Ich hab sowieso ein paar Spiele aus dem Stream, die ich mir eh so macht, irgendwie alle macht Lebe deinen Traum, denn der wer war Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr Alles was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, ja Xemnas Überträgt's nicht, aber danke für den Euro Ey Jungs, chillt doch mal eure Eier Oder oder ob ich das dann bei Twitch dann übertragen muss Lebe deinen Traum, denn der wer war Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr Alles was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, ja Pika Link, danke für die 19 Euro Pika Link, danke für die 19 Euro Und Ambro, ich glaub ich auch Ich hab... Wann dann, was geht Geh deinen Traum, denn der wer war Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr Alles was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, ja Geh' schon wieder los Geh' schon wieder los Geh' schon wieder los Hört man die Musik eigentlich 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 Hört man kann, wirst du auch noch zulegen Um halt mal online, äh, über Stream Lebe deinen Traum, denn der wer war Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr Alles was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist, ja Geh deinen Weg, stelle dich, 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 stelle dich,